Das Guinness International Champions Cups, hochkarätiges Turnier, Totti, Neuzugang Keita, Cole mits dabei und wir werden es dann auch noch sehen, absolut geniales Trio da ganz vorne. Florenzi also auf der Seite zu finden, aber auch ein gelernter Offensiver, der wird sich da immer wieder mal einbringen, der wird sich nach vorne einschalten und Keita, ein ganz besonderer Spieler, ein Leader-Typ. Da bekommt Beppe noch einen Schluck Wasser ab, aber so ganz ernst wird das wohl hoffentlich nicht weitergehen, wie hier schon zu Beginn, kleine Auseinandersetzung zwischen Keita und Beppe, also meine Herren.